Hallo, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Cosplay-Inforunde zur Version 7.0.0.20. Es gab wieder ein paar kleine Änderungen, auf die ich ganz gerne natürlich eingehen möchte. Und vorab einmal eine Bitte und zum anderen gibt es am Ende noch eine kleine Enthüllung, möchte ich einfach mal sagen. Ähm, was vielleicht den einen oder anderen freuen könnte, aber man darf natürlich auch gleichzeitig nicht zu viel erfahren. Ich möchte jetzt erstmal nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir werden es am Ende sehen. Zum einen, ähm, meine Bitte an euch, wenn ihr, ähm, einen Fehler bemerkt und ihr macht oder möchtet das unbedingt gerne den Entwicklern mitteilen über die Cosplay-GitHub-Seite, dann schaut bitte zuallererst nach, ob es dieses Problem schon gibt, ob es das Ganze halt in einer ähnlichen Art und Weise gibt. Und wenn es das Ganze gibt oder dazu schon ein Thema aufgemacht worden ist, schreibt in dieses Thema hinein. Teilt euren Fehler oder eure Fehlerbeschreibung hier mit. Weil jedes Mal, wenn irgendwelche Fehler festgestellt werden und, ähm, das macht sich hier ganz stark bemerkbar, wartet mal. So, hier zum Beispiel das Problem, dass Cosplay immer am ersten Weg, wo es startet, da gibt es so viele Themen dazu, oder gab es so viele Themen dazu, dass das Ganze einfach ununübersichtlich worden ist. Und es war immer ein und dasselbe Problem. Und jeder meinte dann, ihr, ich möchte ganz gerne hier ein Thema dazu aufmachen und möchte meinen Unmut mitteilen und, äh, ich habe hier einen Bug festgestellt, etc. Wenn es das Ganze aber schon gibt, guckt bitte erst nach, gibt es das Problem, kann ich irgendwas dazu beitragen. Wenn aber die Fehlerbeschreibung schon da ist, dann schreibt kurz rein, ja, ich habe dasselbe Problem mit Version so und so und Fahrzeug so und so. Oder lass es einfach. Es wird abgearbeitet. Es dauert seine Zeit, je nachdem, wie hoch das Ganze in der Priorität steht, aber es wird abgearbeitet. Na, also man kümmert sich definitiv darum, aber wie gesagt, macht halt nicht zu einem und demselben Thema, ähm, keine Ahnung, 20 verschiedene Fehlermeldungen auf. Das muss nicht sein, das beschäftigt auch nur die Entwickler dann halt wieder unnötig. Ähm, guckt einfach, dass ihr dort dann ein bisschen von eurer Seite proaktiviert. Nachguckt und gegebenenfalls dann halt einfach in einem bestehenden Thema dann halt euch an der Diskussion beteiligt. So, das erstmal vorab quasi Wort zum Montag, dein Dienstag, Entschuldigung. Jetzt kommen wir aber zu den Neuerungen und Änderungen halt in der Version hier. So, wir haben das Problem Self-Unload with White Trailers. Das heißt also, wenn wir beim Drescher oder Roder die Funktion eingeschaltet haben, dass er sich selbst entladen soll, dann war es in der Vergangenheit so, dass halt, ja, beim Anfahren an das Fahrzeug mit leerem Anhänger oder mit Anhänger, welches am Feldrand steht, ähm, der Drescher einfach mal das Fahrzeug an die, oder beziehungsweise das Gespann an die Seite geschoben hat, weil er nicht genügend Platz eingeräumt hatte für sein Manöver, um halt, äh, zum Entladen zu fahren. Oder, ähm, beim Roder ebenfalls, da gab es dann halt immer mal so Punkte, wo er dann halt direkt in den, in den Anhänger reingekracht ist. Ähm, das soll jetzt gefixt worden sein. Dazu gab es dann halt auch, äh, für den Pathfinder noch ein paar Fixes. Ähm, da wollen wir einfach mal gucken, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickelt, ob das Ganze halt so prima performt, oder ob es da halt nochmal irgendwelche Schwierigkeiten so gibt. Dann, weiteres Thema, Fertilizer-Setting-Fix, das heißt, äh, die Funktion bei der Aussaat, dass, ähm, kein Dünger mit ausgebracht werden soll, bei kombinierten Saat- und Düngemaschinen, ähm, war es halt so, dass der Dünger trotzdem mit ausgebracht worden ist, obwohl es halt deaktiviert war, und das Ganze wurde jetzt gefixt. Dann mal wieder, ähm, Flow-Rotation-Fix, also auch beim Flügen gab es halt nochmal kleine Beanstandungen, die aus dem Weg geräumt worden sind. Und jetzt gibt es halt, das ist die erste wirklich wichtige Änderung, unterschiedliche Einstellungen für das Mini-HUD und für Kurse, die neu erstellt werden, aus dem Helfer-Menü heraus, oder wenn wir halt bestehende Kurse laden. Also, wir gucken uns das Ganze kurz an, springen wir hier in so ein Auto rein, wir nehmen einfach diesen hier, und gucken uns das Ganze mal an. Wenn wir jetzt mit diesem Fahrzeug einen Kurs erstellen, angenommen hier auf dem Feld 46, er soll einfach hier hinfahren, soll am ersten Wegpunkt anfangen, wir generieren einen Kurs, das ist eigentlich das, worauf es nachher gleich ankommt. So, dann steht hier, Start am ersten Wegpunkt. Wir können aber jetzt hergehen und einfach sagen, ich fahre jetzt einfach mal hier in die Frucht rein, weil es eben so ist. Ich bitte dies zunächst zu entschuldigen. So, und jetzt können wir über unser kleines Cosplay-Menü, da sehen wir, hier war bis jetzt voreingestellt, wir sehen das halt aber auch ein bisschen doof, ich drehe das Ganze mal so und mache es nochmal auf. Hier war auch bisher eingestellt, dass er am ersten Wegpunkt anfangen soll, aber jetzt ist hier die Einstellung dringend am nahesten Wegpunkt. Also da gab es eine kleine Änderung, weil halt viele sich darüber beschwert, beziehungsweise aufgeregt haben, dass wenn man mitten in einer Feldarbeit das Spiel gespeichert hat, rausgegangen ist und am nächsten Tag den Spielspann neu geladen hat und vergessen hat, hier einzustellen, dass er am nahesten Wegpunkt weiterfahren soll. Und man hat einfach den Helfer aktiviert, dann hat er erstmal eine Runde zum Startpunkt gedreht, hat von dort aus wieder angefangen, obwohl halt das halbe Feld zum Beispiel schon abgedroschen war. Also das ist jetzt behoben. Wer das Ganze jetzt oder wer den Helfer über die Tastenkombination startet, der wird jetzt halt in Zukunft erfahren, dass er halt am naheliegenden Wegpunkt anfängt. Das heißt aber auch, wenn ihr per semi-autonomen Helfer euer Fahrzeug hier irgendwo zum Feldrand geschickt habt oder per Autodrive und ihr springt dann in das Fahrzeug rein und aktiviert einfach den Helfer, dann springt er auch wieder hier zum nahen Wegpunkt. Das heißt also, er fängt nicht original am ersten Wegpunkt anzufangen und die Arbeit dort auszuführen, sondern er schnappt sich halt den naheliegenden Wegpunkt und ja, wie hier, fängt er einfach an, da rumzuwerkeln. Also da müsst ihr halt ein bisschen drauf achten in Zukunft, aber ansonsten funktioniert das eigentlich wunderbar hier. Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Eine Einstellung, die halt wieder wegfällt. Und dann kann man halt dann den Helfer wieder über diese Funktion halt hier an seinem jetzigen Wegpunkt einfach weiterfahren lassen. Was es auch neu gibt, da gehe ich auch nochmal drauf ein, ist hier am letzten Wegpunkt. Das heißt also, wenn ihr meinetwegen am Aussehen seid und euch geht unterwegs das Saatgut aus, dann merkt sich Cosplay den Wegpunkt. Ihr dürft natürlich dann halt den Kurs nicht löschen. Ihr könnt dann mit Autodrive losfahren und könnt Saatgut und Dünger auftanken und dann stellt er sich dann nachher wieder an den Feld ran beziehungsweise an euren Wegpunkt hier am Feld und wenn ihr dann halt einfach da reinspringt, dann könnt ihr jetzt auch einfach sagen, er soll am letzten Wegpunkt anfangen und dann fährt er von sich aus dann dorthin wie wir hier sehen und setzt dann seine Arbeit von dort aus dann halt wieder fort. Das finde ich auch sehr angenehm. Auch eine neue Änderung beziehungsweise Übergangsweise jetzt erstmal, um uns das Arbeiten einfach ein bisschen leichter zu machen, dann sage ich mal, ne? So, was haben wir denn noch? Ach ja, hier war es halt so bei diesem First Implementation of the Folded at End Setting, dass die Feldarbeit beendet wurde, aber das Arbeitsgerät nicht eingeklappt wurde. Das heißt also, wir haben hier das Problem, er war fertig und ihr habt es ja gerade gesehen, das war jetzt noch mit der alten Version, hat dann die Sähmaschine nicht zusammengeklappt. Das war beim 19er halt schon so, dass das Ganze zusammengeklappt worden ist und das haben sie jetzt hier auch wieder integriert, wie wir sehen. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet und er klappt hier sein Arbeitsgerät zusammen und wir können dann halt direkt wieder sagen, er möchte doch von A nach B fahren und da weitermachen zum Beispiel. Also auch das funktioniert jetzt. Dann für die Zusammenarbeit mit Autodrive wurden für die Schnittstelle wieder noch ein paar Funktionen eingebaut. Dann gab es eine neue Variable, die jetzt mit hinzugefügt wurde. Weitere kleine Fixes, da können wir Rätselraten machen, was das Ganze halt bewirkt, worauf es ankommt. Und dann gibt es hier Turn Decision Making Refactored. Das heißt, wenn ihr auf eure Cosplay-Seite geht und wer sich das durchlesen möchte, kann das natürlich gerne tun, wer nicht, der lässt es einfach. Gibt es hier unter dem Punkt Wiki einmal hier unten, what type of turns and when they are used. Das heißt also, hier wird explizit nochmal geschrieben oder beschrieben, welche Art von Wendemanöver durchgeführt wird, wenn die und die Bedingungen vorliegen. Also wer das Ganze jetzt nicht auf Englisch lesen möchte, der markiert sich das Ganze einfach, schmeißt das einfach in Google Translator oder in den Übersetzer seines Vertrauens und kriegt dann dort in Deutsch ausgespuckt, was das Ganze denn heißt und was dort Sache ist. So. Some Bayloader fixes. Ja, also auch für den Autostack gab es wohl auch noch kleine Schwierigkeiten. Das wurde halt behoben. Und dann gab es hier Callstack-Fehler, die halt, ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf das Problem, dass halt in einem sehr speziellen Fall aufgetreten ist und das Ganze halt wurde jetzt behoben. So. Jetzt wollte ich aber dann noch zum Schluss zu der kleinen Enttüllung kommen, die ich euch nicht voreinhalten möchte. Wir springen mal aus diesem Spiel heraus und laden eine weitere Version von Cosplay. Es ist noch die Version 7.0.0.19, das macht jetzt aber erstmal nichts. So. Wir müssen einfach wieder die böse Musik hier ändern. So. Und wir springen einfach mal hier in dieses Fahrzeug rein. Wir laden jetzt mal Feld 38 säen. So. Und es fällt erstmal nicht auf, nicht so vor, weil es halt etwas unscheinbar ist. Aber hier sehen wir ein kleines Mini hat. Und wir sehen hier folgendes. Wir sehen das Fahrzeug. Wir sehen den Kurs, den er geladen hat. Wir sehen hier einen Play-Button, den wir aber nicht betätigen können. Wir sehen hier zwei Striche waagerechterweise, einen Schrägstrich und auf der anderen Seite auch nochmal zwei Striche. Was bedeuten diese ominösen Geschichten? Zum einen, wir haben ein Autodrive-ähnliches Satz, wo vermutlich, vermutlich minimale Funktionen implementiert werden, die die Steuerung von Cosplay betreffen. Das heißt also, es wird öppala, da komme ich gleich nochmal zu, also ähnlich wie jetzt dieses Menü sein, wo man halt hier noch, also wir kommen nicht drum rum, dieses Menü mitzubenutzen. Das möchte ich ganz gerne vorab sagen. Wir kommen auch nicht drum rum, hier diese ganzen Einstellungsgeschichten zu machen. Das wird nicht wieder in dem hat seine Einstellung finden, weil es einfach auch nicht anders geht. Also, wer erwartet, dass das Alte hat, aus dem 19er oder aus dem 15er oder wie wir es bisher kannten einfach, zurückkommt, der irrt. Es gibt da auch eine ganz klare Aussage dazu, auch in der Wiki, wer sich das Ganze einfach mal zu Gemüte führen möchte, der wird da feststellen, dass dort ein Eintrag so existiert. Aber man versucht uns trotzdem halt ein bisschen entgegenzukommen. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier einmal das Fahrzeug, wie gesagt, wir sehen hier unseren Kurs, den er geladen hat und wir sehen hier bei dem Play-Button, wie er sich nun verändert in grün und wir sehen hier den aktuellen Wegpunkt, wo er sich befindet und die Gesamtanzahl an Wegpunkten, die dieser Kursheit hat. Also, das ist zumindest schon mal das, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, das ist jetzt noch für die Version 0.19, aber es wird zu gegebener Zeit, sage ich einfach mal den Weg in die Release-Version finden. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich werde bewusst nicht darauf eingehen, wie ihr euch dieses hat hier oder wie das Ganze aktiviert wird, weil es ist wirklich noch sehr experimentell und ja, so wirklich Mehrwert hat man davon eigentlich nicht. Deswegen und es ist zumal noch eine alte Version, deswegen möchte ich da ganz gerne drauf verzichten, euch zu erklären, wie ihr dahin kommt. So, das war es von meiner Seite aus. Ich denke mal, wir haben jetzt hier mal eine vernünftige Folge hingelegt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Informationsveranstaltung zum Thema Crossplay wieder dabei seid. Wer bis jetzt noch nicht abonniert hat, der darf das gerne nachholen, denn so bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wie ihr seht, die zum Beispiel und ja, würde mich dann recht herzlich freuen, euch dann demnächst wiederzusehen. Bis dahin, macht was hübsch. Ciao, ciao.